Hey, ihr seid ja schon wieder vor meinem YouTube-Kanal. Das finde ich ja supi. Ich mache es ganz kurz. Daumen hoch, Kanal abonnieren, Lumara offiziell. Let's go. Statt dem Handy hattest du ein Tamagotchi in der Hand. Da sagte keiner, bei Super Nintendo, da ist die Quali kacke. Ich kann es nicht in Worte fassen, wie viel Fun ich hatte. Wer von euch hat mit nem Puppenhaus gespielt? Ich war vier und ich hab mein Puppenhaus geliebt. Wer hat sie nicht geguckt? Die Dinos, die waren richtig Hammer. Wenn dieses Baby kam und schrie, nicht die Mama. Wer von euch hatte ne Schlaghose? Grausam, das war die Zeit, als die Röhrenjeans out waren. Ein bisschen Snake spielen, ne SMS schreiben. Wer von euch kann mir seine letzte SMS zeigen? Die Zeit, als man erwachsen werden, schlimm fand. Das war die Zeit, als man mit zwölf noch ein Kind war. Leg die Kassette ein und drück auf den Knopf. Lass uns die Zeiten zurückspulen. Hol deinen Walkman raus, scheiß auf mein Blog. Geh einfach offline, sei oldschool. Leg die Kassette ein und drück auf den Knopf. Lass uns die Zeiten zurückspulen. Hol deinen Walkman raus, scheiß auf mein Blog. Geh einfach offline, sei oldschool. Keiner hatte Facebook, keiner hat Klicks gehabt. Da war der Fernseher mit Röhre cool, nix mit Touch. Du sagst, das alles ist so oldschool, für dich nur Quatsch. Bist immer online und denkst, du hast nix verpasst. Und was ist jetzt mit Easy E, Zupac und Biggie? Hebt die Hände, wenn ihr Changes kennt. Ein Tastenhandy war Luxus pur, heute ist es oldschool. Du hast ein iPhone in der Tasche. Wir tauschen Pokémon-Karten, wir tauschen Biedelblätter. Von dem Jahrzehnt war es das Urteil und hier ein Rapper. Da war es e-spec und Playstation 1, Survivor von Destinys Child. Wer kennt die Lon Lon Farm, die Zitadelle der Zeit? 24 Stunden Zelda, Ocarina of Time. Als man noch Platten gekauft hat, das wundert dich gerade. Aber wie viele Platten hast du dir schon runtergeladen? Yeah, das war mein Oldschool-Video. Wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, Kanal abonnieren. Und dann habe ich noch eine Überraschung für euch. Und zwar findet ihr in der Infobox meine Telefonnummer. Und da könnt ihr mich anrufen. Jetzt nicht, jetzt ist es noch aus, das Handy. Aber ich werde euch demnächst Bescheid geben bei Facebook, wann es an ist, zu welcher Uhrzeit und so weiter. Ich will nämlich mit euch schnacken. Das war es auch schon von mir. Der nächste Blog kommt nächste Woche Mittwoch. Und dazu muss ich auch noch was sagen, denn das hat noch niemand gemacht. Aber, Jungs, es tut mir leid, es ist kein Blog für euch. Eigentlich nicht. Also ihr werdet es vielleicht lustig finden, aber es ist auf jeden Fall eher ein Blog für die Mädels. Also Mädels, freut euch. Ich habe euch was richtig, richtig Krasses mitzuteilen. Eure Lumara.